Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 . 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 There is no rubber . . Vielen Dank. It's an incredible piece of architecture, isn't it? Name of the tree? Ah, it's a strangler. Can you see the trunk now? Yeah, the tree is just here. It's just one animal that's now in place to talk to you. Where are you going? My name is Herr. We are in the phänomenal camera-shrink of Mike Vardyte. Am 2. November 1996, in Australia. Yeah! It took more than 30 seconds. Now, you guys can walk along the beach in that general direction. I'll cut you off down that way. Okay? I'll cut you off. Ich mache 5 Zeuge, dann mache ich 5 Zeuge. One is moving. Wir machen das mal mit der Pausentaste. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Es macht aber nur Sinn, wenn du mehrere Videosignale zusammenbringen willst. Warum? Es macht auch Sinn, wenn du die Szenen nicht raff gecuttet, sondern mit Ein- und Ausblenden haben willst. Wenn du sie nachvertonen möchtest, wie auch immer, wenn du Musik unterlegen willst. Lass sie wieder einfallen. Wombat. 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 At the same tone. So you're blowing and breathing. Three-sided, try it. I don't know how to do it in the theater. Postmodern, probably. The film in the film. You can also stay with me. Ladies and gentlemen, we are here in Cuara, Nicaranda, Urwald. Rainforest. Let's look at this first. Over the Gipfeln des Regenwaldes we're swimming there. We ask ourselves, has the whole technology of the world still? We're trying to get the plane into the plane. I'm trying to get the plane into the plane. Let's go. The plane is filled between the plane. The plane is filled between the plane. The plane of the Urwald trains. Markus, wie immer, nur am Fressen. Ich neigte immer nur am Fressen. Würdest du noch ändern? Juhu! Juhu! Das sind alles Wurzeln. Ja, haben wir ja. Ich finde das auch sehr beeindruckend. 17.43 Uhr. Australien, Nord Stream. Die Mücken stechen uns in die Beine. Juhu! Man sieht, die Wurzeln, die hellen Wurzeln, das Thick Tree haben den dunklen Stamm des Gastgeberbaumes umklammert. Der Gastgeberbaum kann nicht mehr expandieren. Wenn er es trotzdem tut, verplatzt er. Der entstehende Humus dient als Nahrung für den Thick Tree, der fortan an der Stelle des Gastgeberbaumes existiert. Abgefahren, oder? Der Wurzelt ist halt Kernsburg auf dem Weg nach Adelheid. Ne, erstmal nach Brisbane. Adelheid! Erstmal fahren wir zu Brisbane, nee, zu Brioni. Und dann fahren wir zu Adelheid. Ja. Das war's für heute. Ja. 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 Vielen Dank.